Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir schauen uns heute endlich mal die Ansprüche an, da gibt es ja bis heute viele Fragen und viele Unsicherheiten zu. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mal in dem Video alles möglichst kurz und bündig zu erklären. Wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer sehr über eine Bewertung und neue Zuschauer dürfen natürlich auch gerne abonnieren für mehr Strategie-Content jeglicher Sorte hier bei mir, der einzigwand Krabbe auf YouTube. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Erstmal muss man wissen, es gibt quasi drei Formen von Titeln. Es gibt den Titelhalter, zum Beispiel jetzt hier in unserem Fall sind wir natürlich der Halter des Titels des Heiligen Römischen Reichs. Dann gibt es durchgesetzte Ansprüche und dann gibt es fallengelassene Ansprüche. Und dann ist noch relativ wichtig, was für eine Religion ihr habt. Denn die Religion ist eigentlich das Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte. Denn hier zum Beispiel haben wir bei der Hauptdoktrin des Christentums männlich dominiert. Das heißt, wie es auch hier dasteht, Ansprüche von Frauen können nur gegen andere Frauen, Kinder oder untaugliche Herrscher durchgesetzt werden. Das machen wir gleich zum Anfang, weil das ist einer der Hauptstolperpunkte der Fehler, Leute. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Option Anspruchsteller einladen macht oder ihr erobert ein Reich, wo ein Vasall eine Frau hat oder irgendjemand Vasall ist, der Ansprüche auf einen anderen Titel hat. Das ist eine Frau. Dann könnt ihr diese Ansprüche, egal ob durchgesetzt oder fallengelassen, nur dann durchsetzen. Also ihr könnt quasi mit diesen Ansprüchen nur Krieg erklären, wenn der Herrscher selber eine Frau ist, gegen den ihr den Krieg erklärt. Zum Beispiel, sagen wir mal so, wir haben jetzt eine Frau bei uns am Hof, die einen fallengelassenen Anspruch auf das Königreich von Frankreich hat. Das Problem ist, der König Philippe ist ein Mann, das heißt, er ist ein fähiger Herrscher, er ist kein Kind und er ist ein erwachsener Mann. Das heißt, wir können den Anspruch dieser Frau gegen ihn nicht durchsetzen. Das funktioniert nicht. Wäre jetzt allerdings Königin Ximena Gartiers von Frankreich die Herrscherin, aus welchen Gründen auch immer, dann könnten wir die Ansprüche unserer Frau, egal ob das jetzt unsere eigene Frau ist oder irgendein Vasall im Reich oder irgendjemand an unserem Hof, dann könnten wir diesen Anspruch durchsetzen. Und das Ganze könnt ihr natürlich, solltet ihr vielleicht auch sogar ändern im Laufe des Spiels. Das würde ich euch nicht zu früh empfehlen, weil es dann ein bisschen komplizierter werden könnte mit Erbteilung, wenn es dann auf einmal statt fünf Söhne auf einmal auch noch die zehn Töchter was erben möchten. Und deswegen empfehle ich euch eigentlich, das mal die meiste Zeit zu lassen, so bis ins Jahr, ja, zehnhundert sogar, das passt einem sogar ziemlich, zehnhundert, elfhundert, wenn ihr dann irgendwann mal stark genug seid, euch eine eigene Religion zu gründen. Und dann könnt ihr hier auf gleichberechtigt wechseln. Das Ding, wenn ihr gleichberechtigt macht, können sowohl Männer als auch Frauen Befehlshaber von Ritter werden und man kann halt auch alle Titel durchsetzen. Das heißt, Frauen können ebenfalls gegen Männer Titel durchsetzen und das geht dann quasi nicht nur gegen Frauen und Kinder. Das ist relativ wichtig, denn in Crusader Kings 3 ist es so, dass die meisten Religionen männlich dominiert haben. Das heißt, die ganzen Frauen im Spiel, die es gibt, haben teilweise brutal starke Ansprüche. Da laufen teilweise Frauen rum, die haben Ansprüche auf ganze Kaiserreiche, was natürlich wieder blöd ist, weil die werden dann unabhängig, aber als Beispiel. Und viele Frauen haben halt wirklich auch enorm viele Ansprüche auf Königreiche. Jetzt lassen wir zum Beispiel sagen, okay, es ist Late Game und wir haben jetzt hier das ganze kumanische Kaiserreich hier quasi gefühlt. Und da ist eine, die hat aus irgendwelchen Gründen einen Anspruch auf die Kaspische Steppe, Kimek, Osguzil, Kaukasus. Und die ist bei uns im Reich, wir sind auch schon Kaiser. Dann könnten wir mit dieser wunderschönen Frau, wenn wir unsere Religion geändert hätten, eben auf gleichberechtigt, könnten wir all ihre Ansprüche durchsetzen. Jedes verdammte Königreich. Und das ist schon relativ stark, würde ich sagen. Deswegen relativ wichtig immer, und ich weiß, es kommt häufig vor, dass sich Leute wundern, warum kann ich die Ansprüche nicht durchsetzen von jemandem. Grundsätzlich könnt ihr sowohl fallengelassene Ansprüche durchsetzen, als auch durchgesetzte Ansprüche. Das Wichtigste ist, dass eine Person erstmal den Anspruch hat. Wie ihr Ansprüche bekommt, wisst ihr hoffentlich. Wenn nicht, sage ich euch das nochmal ganz kurz. Es gibt die Möglichkeit, Ansprüche zu kaufen. Dafür müsst ihr bei Bildung sanktionierte Schlupflöche haben. Dann könnt ihr Anspruch kaufen Interaktion auswählen. Mit der Anspruch kaufen Interaktion könnt ihr dann quasi nochmal bei Diplomatie Ansprüche kaufen. Als christlicher Herrscher oder generell, wenn man, ich glaube, in einem Reich ist oder in einem Glauben ist, der einen Glaubensoberhaupt hat, kann man auch Ansprüche erbitten. In unserem Fall wäre es zum Beispiel beim Papst. Das ist das Gleiche. Das Problem ist nur, Ansprüche erbitten ist sehr, sehr schwach. Man zahlt sehr viel. Man ist davon abhängig, dass der Papst ein mag. Das ist also nicht ganz so stark, aber man würde auch einen Anspruch erhalten. Wichtig dabei ist, man erhält eben bei den Ansprüchen, die man hier kaufen kann, bei denen, die man vom Papst bekommt, oder auch die, die man durch Anspruch auf Gemeinde fingieren nutzt. Das sind die Möglichkeiten, die man Ansprüche erhalten kann. Die verfallen mit dem Tod des eigenen Charakters. Denn man erhält dann quasi nur fallengelassene Ansprüche. Wenn man allerdings einen fallengelassenen Anspruch nutzt, um einen Krieg zu führen, wird es ein durchgesetzter Anspruch. Das heißt, es ist natürlich die Frage, okay, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn ich als Charakter jetzt sechs durchgesetzte Ansprüche habe und ich sterbe, erhalten meine Kinder diese Ansprüche quasi für sich, aber dann halt als fallengelassene Ansprüche. Und wenn diese Kinder dann sterben, sind die Ansprüche weg. Das ist quasi so eine Leiter. Man hat quasi die durchgesetzten Ansprüche, dann hat man die fallengelassene Ansprüche, und wenn dann die Kinder sterben, sind sie weg. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die Titel halt sich warm hält und durchsetzt. Und deswegen hat man auch häufig das Problem, dass die Charaktere, die an den Hof kommen, dann sagen, okay, setz bitte jetzt meinen Anspruch durch, ansonsten gehe ich, weil ich sterbe jetzt dann bald. Und dann wäre es natürlich für mich blöd, wenn der Anspruch weg wäre. Schauen wir uns jetzt mal kurz ein Beispiel an. Zwecks unserer Kinder. Sie ist ein Mädchen, sie kriegt gar nichts, weil sie ist ein Mädchen. Dann haben wir zwei Söhne, die haben natürlich alle Erbansprüche. Das sind sogenannte Folgeansprüche. Wenn wir zum Beispiel sagen, unser Charakter hier stirbt, weil ich ihn umbringe, ist er tot. So, dann erbt jetzt einer unserer Söhne. Er hat jetzt ein bisschen was geerbt. Und sein Bruder hat natürlich ebenfalls was geerbt. Jetzt haben die aber natürlich auch bestimmte Titel nicht geerbt. Bestimmte Titel sind verloren gegangen. Das sind jetzt halt eben Ansprüche. Und aus einem Folgeanspruch, also quasi ein Titel, den ein Kind bekommen würde, weil es ihnen vom Vater aus zusteht, quasi wenn jetzt der Vater, also wenn dein Vater jetzt quasi König ist und du wärst dann quasi in der Erbfolge, aber jemand anderes erbt, erhältst du einen Anspruch auf diesen Erbtitel. Ja, ganz wichtig ist allerdings dabei, wenn dein Vater diesen Titel verliert, bevor er stirbt, hast du auch keinen Anspruch darauf. Du kannst ihn quasi nicht durchsetzen. In unserem Fall ist es zum Beispiel so, dass jetzt hier irgend so ein komischer Gufti gewählt wurde von den ganzen Spinnern im Heiligen Römischen Reich. Der hat jetzt quasi den Titel bekommen. Aber wir haben trotzdem den Anspruch. Wir haben trotzdem den Anspruch, den wir hier nutzen könnten, um zum Beispiel später, wenn wir alt genug sind, eine Fraktion zu gründen, quasi eine Anspruchstellerfraktion, um dann quasi unsere Ansprüche durchzusetzen. Unsere Kinder würden jetzt in diesem Fall, wenn wir diese Titel nicht bekommen würden, würden dann trotzdem fallen gelassene Ansprüche erhalten. So, in dem Fall habe ich jetzt unseren Charakter quasi mal, ihn hier auf 16 gescheatet, habe seine Frau geschwängert, drei Kinder sind entsprungen und diese drei Kinder haben jetzt quasi immer noch einen Anspruch auf das Heilige Römische Reich. Ja, die können immer noch diesen Anspruch nutzen, um Krieg zu führen. Aber es ist jetzt quasi ein schwächerer Anspruch in der Zwischenzeit, da das quasi jetzt die zweite Generation ist. Das heißt, wenn wir diesen Anspruch jetzt nicht durchsetzen, verfällt der. Das heißt, wenn wir jetzt quasi Kinder bekommen würden und wir sterben, sind diese Ansprüche weg, sofern wir den Titel nicht wieder durchgesetzt haben. Durchsetzen heißt quasi Krieg erklären mit dem Kriegsgrund, das Heilige Römische Reich als Beispiel. Würde jetzt hier gar nicht funktionieren, glaube ich. Oder doch, würde schon funktionieren. Zumindest, doch, sollte schon funktionieren. Müsste halt quasi den Kaiser, den Krieg erklären. Am besten mit einer Anspruchstellerfraktion. Na, dann können wir hier auswählen, Ansprüche von uns. Na, wir haben nämlich einen Anspruch auf das gesamte Heilige Römische Reich und dann können wir hier quasi unser römisches Reich zurückfordern mit eben jenem feingelassenen Anspruch. Dann würde dieser Anspruch wieder zu einem durchgesetzten Anspruch werden. Und das heißt, wenn wir sterben, würde unser Kind wieder einen feingelassenen Anspruch erhalten, sofern wir den Titel nicht mehr selber halten. Wenn wir den Titel selber halten, würde unser Sohn, beziehungsweise unser zweiter Sohn, dritter Sohn automatisch trotzdem wieder einen durchgesetzten Anspruch erhalten. Wenn wir den Titel dann wieder verlieren. Also ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Wenn wir natürlich den Titel selber weiter halten, gibt es natürlich keinen Anspruch, weil wir den Titel ja schon haben. Deswegen brauchen wir ja keinen Anspruch und da hätten unsere Söhne auch keinen Anspruch drauf, weil sie den Titel ja, huch, mehr oder weniger schon selber halten. Erstmal das Mikrofon zusammenschlagen. So, jetzt habe ich euch hoffentlich alles ordentlich erklärt über Ansprüche. Wie ihr Ansprüche erhaltet. Man erhält quasi immer feingelassene Ansprüche. Die kann man durchsetzen in einem Krieg, indem man dann quasi Krieg erklärt und diese Ansprüche auswählt. Dann wird es zu einem durchgesetzten Anspruch, ein durchgesetzter Anspruch. Und in dem Fall ist es dann ein Folgetitel. Das heißt, ist quasi sogar die Stufe drüber. Wenn wir den Titel dann wieder abgenommen bekommen durch Tod und man verliert den Titel oder jemand anderes erklärt, dann nimmt den Krieg und klaut den die Länder rein, dann hat man wieder einen durchgesetzten Anspruch. Die Kinder erhalten dann quasi wieder einen feingelassenen Anspruch. Man hat also quasi zwei Generationen Zeit, wieder so ein Reich zurückzuholen, so ein Titel zurückzuholen ins Reich. Und wenn ihr dann halt noch, wie gesagt, in der Religion es richtig habt, dass das halt dann auch bei Frauen funktioniert, also auch weiblich, gleichberechtigt, ganz wichtig, wenn ihr natürlich hier auch weiblich dominiert geht, ist es genau andersrum. Dann können quasi nur Frauen das machen, was jetzt dann nur Männer können aktuell. Und wenn ihr dann quasi Anspruchstelle einladet, das sind quasi externe, die hier an euren Hof kommt, seht ihr auch zum, mhm, interessant, mal kurz den Deepburg-Mod ausmachen, dann seht ihr auch zum Beispiel hier, die hat den Anspruch auf ein Herzogtum, das ist ja meine Mutter, ah, warte mal, das ist jetzt ein bisschen blöder, so, man muss sich nur zu helfen wissen. So, wenn wir jetzt Anspruchstelle einladen, sehen wir hier, die gute Tante hat einen Anspruch auf ein Herzogtum, ist gut und schön, bringt uns aber leider nichts, weil eben, wir können sie jetzt aktuell nicht an den Hof rekrutieren, weil wir kein Geld haben, aber hätten wir Geld, ähm, hätten wir, hab doch genug Geld, hallo, da, dann können wir sie natürlich an den Hof rekrutieren, das Problem ist, wir können ihren Anspruch auf Aquitanien, kurz gucken, wo Aquitanien ist, hier ist Aquitanien, ich könnte ihm jetzt keinen Krieg erklären, weil meine Armeen ausgehoben sind, das Spiel macht es mir auch immer schwierig mit den Tutorials, ich kann jetzt die gute Frau nicht auswählen, ich kann jetzt ihre Ansprüche nicht durchsetzen, ich hab jetzt hier noch einen anderen Kollegen, den Graf, Geoffrey von Fokalque, den hab ich ja auch gerade noch rekrutiert, seine Ansprüche kann ich hier quasi durchsetzen, und das Ding ist, wenn ich seine Ansprüche durchsetze, wird er mein Vasall, aber auch nur, wenn er unter meiner Regierungsstufe ist, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kaiser für jemanden einen Anspruch auf einen Kaisertitel erfordere oder erkläre, dann wird dieser unabhängig, in dem Fall erhält er einfach nur den umkämpften Titel, also den hier, und wird dann, oder bleibt dann mein Vasall oder wird mein Vasall, je nachdem, ob er schon meiner ist oder nicht, und wenn ich jetzt eben gleichberechtigt bei der Religion ausgewählt hätte, wäre es so, dass ich auch von der guten Tante noch die Ansprüche auf Aquitanien durchsetzen könnte, zwar in dem eigenen Krieg, ja, aber, ich zeige euch das jetzt auch mal, wir machen jetzt einfach mal kurz unseren eigenen christlichen Glauben, mache jetzt hier auch wirklich nichts, ich verändere gar nichts, ich lasse jetzt hier einfach wirklich nur, weil ich, ne nicht, weil ich gleichberechtigt, durchs eigene Namen, wunderschöne 1, 2, 3, damit es wirklich schnell geht, so, unseren Glauben erschaffen, und dann kann ich jetzt die Ansprüche durchsetzen von der guten Beatrice, unter anderem, die hat, das sind hier übrigens die Ansprüche, die sie hatte, auf das Herzogtum von Aquitanien, ne, konnte ich vorher nicht durchsetzen, jetzt habe ich gleichberechtigt, jetzt kann ich ihre Ansprüche durchsetzen, ne, und so funktioniert das Ganze, ist relativ simpel eigentlich, wenn man es dann mal weiß, ähm, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, wenn ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, dann hau mir das einfach in die Kommentare, dann gehe ich darauf ein, oder beantwortet euch das jemand anderes, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.